Chaitanya in Krishnas Hirtenland Wer nicht den Staub von den Lotussen der Füße Radhas verehrte, wer nicht im Vrindarwald, dem mit den Spuren ihrer Füße geschmückten, seine Zuflucht fand, wer nicht mit ihnen Gespräche führte, deren Herzen unergründlich tief sind, durch ihre Liebe zu Radha, wie sollte der eintauchen können in den Shyama-Rasa, in Klammer, den höchsten Rasa, der Krishna selber ist, Raghunath Das. Der nachfolgende Bericht Murari Guptas über Chaitanyas Besuch in Vrads weicht in unwesentlichen Einzelheiten vom Chaitanya-Charitamrita ab. Es ist zum Beispiel ein anderer Brahmane, der ihn begleitet. Chaitanya erlebt nun das göttliche Entfaltungsspiel, das dort immer vor sich geht, in einem vollkommenen neuen Licht. Vom Blickpunkt der Chaitanya-Bhaktas kann es nichts Dramatischeres geben, als diese Schilderung. Murari Gupta 4.2.7-17 Matura ist das verehrungswürdigste Reich unter allen ewigen Reichen, wie Vaikuntha und dergleichen. Matura ist die Stätte, wo Krishna sich auf Erden sichtbar machte, und sie schenkt freigiebig Prima Bhakti. Als Guru Hari Matura erblickte, entstand in seinem ganzen Leib Veränderungen durch den Ansturm des Prima. Er lacht, er weint, er rollt auf dem Boden, seine Haare streuben sich. Ein Brahmane sieht Hari in diesem Zustand, völlig unsteht durch Prima, und auch seine Haare streuben sich nun. Seine Stimme bricht, und er fällt zu Ishwaras Füßen nieder. Chaitanya fragt ihn, wer bist du? Mein gutes Glück, dass ich deine von Prima überwältigte Gestalt sehen darf. Der Brahmane sagt, ich bin dein Diener. Wenn ich auch nur den Namen Krishnadas, Diener Krishnas führe, so bin ich doch durch deinen Anblick glücklich geworden. O Ozean der Gnade, o goldener jugendlicher Sohn Nandas, gib mir den Staub der Füße der Vaishnavas und heilige mich. Prabhu, in den Rasa-Ozean der Freude getaucht, sagt zu ihm, du bist wirklich Krishnadas. Du kennst die geheimnisvollen Lilas von Krishnas Reich. Berichte sie alle. Der Brahmane zu ihm. Obgleich du im Bewusstsein eines Bhakta bist, O Keshava, Krishna, O Herr, setze die Lotuse deiner Füße auf mein Herz und mache du selbst das liebliche, heilvolle Vraja sichtbar. Hari trinkt den Nektar seiner Worte und sagt mit wolkenschwerer Stimme, auf meinen Wunsch soll die Lila Krishnas mit allen ihren heiligen Stätten immer da in deinem Herzen aufleuchten. Da fiel der Brahmane voll Freude vor dem Fußlotus des gnadenvollen Prabhu nieder und sagte, ich setze deine Füße auf mein Haupt und werde dir alle heiligen Orte zeigen. Er, der Herr der Gopis, tanzt wie ein Trunkener, weint, singt von der Rasalila, den Wasserspielen die ganze Nacht hindurch. Murari Gupta 4.3.1-20 Am Morgen bittet der Sohn der Saji den Brahmanen, O Freund, zeige mir den Weihkreis von Vraja, der Brahmane berichtet. Alles im Weihkreis von Vraja wird von der Yamuna überleuchtet. An ihrem Ufer und in ihren Wellen spielt Krishna, der Gott aller Götter, der zu höchst Geliebte, deren menschenähnlicher Gestalt die Gopas und Gopis durch Rasa erfreut. Hier spielt er sein Rasa-Spiel und seine Wasserspiele. Der Brahmane schildert die sieben Heine westlich der Yamuna und die fünf Heine östlich der Yamuna, in denen Krishna ewiglich spielt. 4.4.1-25 Der Brahmane zeigt dem Herrn Matura die drei Mauern nach Osten zur Yamuna offen, im Norden und Süden zwei riesige Tore. Er zeigt ihm Kamsas Haus und das Gefängnis und Uthavas Haus. Als Prabhu davon hört, brüllt er laut Humkara. Der Brahmane sagt in Furcht mit gefeiltenen Händen, O du Herr und Guru der Welt, du aus lila gebildeter Krishna, vernimm meine Worte, beruhige dich, dann kannst du beim Anblick Freude haben. Hier ist die Arena, hier ist der Brunnen, den Kamsa bauen ließ, um Krishna hineinzuwerfen. Als Chaitanya das hört, lacht er und der Brahmane lacht auch. Hier die Yamuna zusammen mit der Sarasvati. Er zeigt ihm die verschiedenen Uferplätze. Also umwandeln beide Matura, wobei sie die Stadt stets zu ihrer Rechten lassen. Dann gehen sie zum Hause des Brahmanen und nehmen dort ihr Essen ein. Prabhu erinnert sich der Lieblichkeit des höchsten göttlichen Glücks von Krishna und spricht davon. 4.5.1-15 Dann legt sich Bhagavan zur Ruhe nieder, erfüllt von Bhakti Rasa. In Sehnsucht, die keinen Zeitaufschub ertragen kann, sinkt er die Krishna lila und weint. In jedem Augenblick fragt er Krishna das, ist es noch immer nicht Tag? Ist die Nacht so lang, um mir Leid zu geben? Der Brahmane berichtet. Von dem Oher, von dem irdischen Umfang von Vrindavan Sehnsucht, ich werde dir die lila Orte einen nach dem anderen zeigen. Nördlich, vom Weiher des Rigi Agastya, ist der Weiher, der Setobanda heißt. Fußnote 533 Setobanda ist sowohl der Name dieses Weiher in Vrindavan wie auch des heiligen Ortes an der Südspitze Indiens, wo einst Rama, der große Avatar Krishnas, das Meer mit einem Damm bezwang. Als er es hört, sträuben sich die Herrchen seines Leibes und er bittet, mehr davon zu berichten. Der Brahmane erzählt lächelnd. An diesem Weiher sagte er einst lachend zu Radha, Ich bin Raghuvara, der Muni Rama und er fing an zu spielen wie ein trunkener Elefant. Sie sagt, Du bist Nandas Sohn und Kühe hüten ist dein Beruf. Wie könntest du wohl das tun, was Ramachandra tat, welcher der Hüter der heiligen Weltordnung ist? Den Ozean eindämmen, Ravana töten, das ist sein Werk. Du bist der Dieb der Kleider und des schmuckeste Mädchen. Schweige lieber von deinen eigenen Eigenschaften. Ich bin Ozean aller göttlichen Eigenschaften. Merke es dir. Du bist eine Hirtentochter. Bringe Felsstücke und Bäume. Ich will dir den Beweis geben. Die Freundinnen, Radhas, die Gopis, bringen Bäume und Steine und er dämmt den Weiher ein. Die Gopis sehen zu und rufen Sieg! Sieg! Gaurahari vernahm diese wundersame, geheimnisvolle Lila Krishnas und tanzte, versunken in den Rasa von Radha. 4.6.1 bis 21 Beide übersetzten die Yamuna und kommen zum Hause Nandas. Hier geschah die Erlösung der Dämonin Putana. Hier sieht die Mutter das ganze Weltall in Krishnas Bauch. Hier Namengebung durch Ganga. Hier legt Krishna seine Hand an den Milchquirl und tanzt zur Freude der Mutter. Hier sitzt er auf ihrem Schoß. Sie neigt sich lächelnd zu seinem Gesicht und gibt ihm die Brust. Hier wird er von der Mutter gebunden. Hier bringt er die Yamala Arjuna Bäume nieder. Hier in Gokula hat er viele Lilas mit Kühen. Hier spielt Nanda mit dem kleinen Kind und Krishna gibt ihm Lila Rasa. Als plötzlich mitten in der regenlosen Zeit Wolken kommen und Nanda eine schöne Gopi ruft und er sagt Bring Krishna schnell nach Hause. Die Gopi nimmt ihn in ihre Arme und küsst ihn voller Glück. Da umarmt er sie, küsst sie und sie wird starr verstaunen. Als der goldene Krishna Chaitanya diese Lila hört, umarmt er den Brahmanen. Dieser berichtet Hier rief Upanda seinen Bruder Nanda und sie berieten, wohin sie um Krishnas Willen ziehen sollten, weil das Krishna Kind am bisherigen Orte immer wieder von Dämonen bedroht wurde. 4.7.1 bis 21 Hier setzten die Gopas über die Yamuna und gingen nach Vrindavan. Hier wurden die Ochsenkarren wie zu einer Festung zusammengefügt und voneinander und anderen behütet, spielten hier Balaram und Krishna. Hier spielten beide und die Knaben mit Flöte und Stock sprangen wie Affen, armten Vögel nach, tanzten wie Pfauen und so weiter. Als Goura in Bhakta Gestalt diese Lilas hörte, wurde er derselbe Urquell aller Rases ist, voll von Krishna Rasa. Prabhu Gourajandra, der vordem als Krishna Zentrum all dieses Prima war, ist jetzt ein Bhakta in eben diesen Lila Rasas. Der Brahmane berichtet weiter. Schau Gouranga, hier wurde der Asura Aga erschlagen. Hier wurde der Asura Denuka erschlagen und befreit. Hier wurde die Schlange Kalia gezüchtigt und gezähmt und begnadet. Sieh die Bildgestalt Krishnas an, der hier die Zähmung des Kalia vollbrachte. Hier kommt Krishna nach der Besiegung Kalias aus dem kalten Wasser heraus. Hier errettet er die Knaben aus dem Waldbrand. Hier wird er im Spiel von seinem Freund Shridam besiegt und trägt ihn auf den Schultern. Hier ruft er mit den Tönen seiner Flöte die weit fortgegangenen Kühe zurück. Hier ließen die Mädchen am Jemuna Ufer ihre Kleider und ihre Schmuckstücke liegen. Die Mädchen, die ein Gelübde getan hatten, um ihn als Gatten zu erlangen. Hier stahl er die Kleider und stieg auf den Kadamberbaum. Er tat, als ob er mit den Bäumen spräche und lachte. Dann kamen die frierenden lauteren Mädchen und stellten ihn zufrieden. Hier gaben die Frauen der Priester ihm, der selbst der Verzehrer aller Opfer ist, und um Essen bat, den Reis und hier aßen die Knaben. 4.8.3-11 Hier ist der Berg Nandischwara, wo Nanda und die anderen aus Furcht von Kamsa ihre neue Wohnung aufschlugen. Hier am Govardhan fließt die Manasa Ganga. Hier spielten Rama und Krishna mit den Kühen. Hier trug Krishna den Berg Govardhan sieben Tage lang auf seiner linken Hand. Hier spielte Krishna die Boot Lila auf der Manasa Ganga. Hier saß Hari auf dem Felsen, um von den Gopis Wegzoll einzufordern und tat viele freudige Lilas. Als Gaurachandra, der begierig nach dem Kosten des Rasa ist, diesen Ort sah, wurde er leer von allem Bewusstsein der Außenwelt und er machte den dunkelblauen Glanz des Krishna Leibs offenbar mit der Flöte, dem Zeichen Srivata auf der Brust, dem Hirtenstab und Blüten Schmuck und er rief Hey Rasa Hafte Radha gib mir den Wegzoll ich bin der lautere Empfänger des Zolls Murari sagte Sieg diesem Gauranga der die Radha so preist Fußnote 534 Hier tritt was in Chaitanyas Lila selten geschieht der Krishna von Vraja aus ihm hervor Dann ist Gauranga wieder im Bhakti Rasa Er benetzt den Stein auf dem Krishna saß mit seinen Tränen und salbt sein Haupt mit dem Staub der Brahmane berichtet Hier sind die beiden eigenen Weiher von Radha und Krishna genannt Radha Kund und Shiamakund Im Süden davon ist die heilige Stätte des Rasa Der Platz wo Radha und Krishna das Rasa Spiel taten Das ist ein Ort zum Nachdenken für die Bhaktas die vom Prima Rasa erfüllt sind Gauranga ist aufgrund der Einheit von Radha und Krishna von ihrem Bewusstsein völlig durchdrungen und in Wiederholung dieser Lila zeigt er sie Dann sagte der Brahmane zu Krishna Chaitanya der sein Wesen offenbarte Sieh hier auf dem Berg ist die Stätte wo Radha von Krishna als höchste Gottheit verehrt wird 4.9.3 bis 20 Sieh Krishna hier ist der schwer erlangbare liebliche Weiher des höchsten wo der von Zeit unbegrenzte Gott Vipo die Gopas sein ewiges Reich schauen ließ und woher er sie wieder nach Brindavan zurückbrachte hier im Süden des Brahma Weihers ist der Ashoka Wald Siehe hier die Stätte der Lila Krishnas mit Radha Hier Tat Hari der Gott der Götter der wunderbar schöne Shiyama Krishna mit den Gopis sein Raserspiel am Vollmondstag des Monats Kartik Sofort machte Goranga Hari der das Stirnjuwel des Rasa ist seinen Edelstein blauen Glanz sichtbar und den Edelstein geschmückter Tracht vollführte er mit den Baktas den Gopis den Tanz des Rasa Rasa und so weiter Fußnote 535 Der Rasa Sah 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 das Wundersame das geschah Doch unter der Gewalt der Yogamaya Gottes fuhr er fort Chaitanya die Orte der früheren Lila zu zeigen Siehe Siehe hier am Rand des Bambuswaldes stand Govinda Krishna und sang den Samenlaut des Mantra Karma Gayatri der Verwirrung bei den Gopis hervorruft Die Gopis hörten den lieblichen Sang und kamen trunken von dienen wollender Liebe und Krishna der ihnen lauteres ewiges Sein und Prima gab lehrte sie anfangs oberflächlichen Dharma religiöse Pflichten doch dann vervielfältigte sich der Meister alle Meister des Yoga und tanzte an der Seite jeder Gopi im Rasa Spiel Schau Gauranga hier wurde Krishna um die überweltliche Liebe der Gopis noch mehr zu steigern mit der besten Gopi Radha unsichtbar hier ließ er auch Radha die unter dem Einfluss ihres Prema das Bewusstsein hatte die Herren über Krishna zu sein im Stich ganz nahe bei ihr verbirgt er sich und lacht sie sieht ihn nicht und ist hilflos sie trifft mit den Freundinnen zusammen und sie alle singen seine Lila von der Geburt Krishnas in Vraj angefangen und sind ganz erfüllt von ihm gequält von ihrem Trennungsschmerz tritt Krishna lachend selbst hervor ihr gekränkter stolz war besänftigt und kreisebildend tanzten 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 mit ihm er bringt sie alle zum Ufer der Yamuna und er der den Liebesgott der Welt vernichtet lässt seine ewige Wesensgestalt in vielen Gestalten aufleuchten und in diesen Gestalten umarmt er die Gopis und sie ihn Als Gorahari von diesem Spiel des Rasa hört schwindet in Prema seine Fassung und in der hell aufleuchtenden Gestalt aller seiner göttlichen Lieblichkeit macht er sichtbar wie Radha und Krishna von den Gopis umkreist werden und zeigt in seinem eigenen Leib die Offenbarung von beiden Fußnote 536 Diese Stellen aus der ältesten aller frühen Biografien wo Chaitanya die Welt ganz vergessend sich vor den Augen eines staunenden Begleiters als Krishna und Radha sichtbar macht hat SKD ganz übersehen wenn er wiederholt von der erst später aufleuchtenden Hagiologie spricht bis 4.16 also einschließlich dieser Stellen ist die schlichte Schilderung des Jugendfreundes Murari Gupta der Struktur nach unzweifelhaft ursprünglicher echter echter Text 4.12.13-20 Nachdem er solcher Art noch die ganze Matura Lila bis zum Fortgehen von Raj und bis zum Töten Kamsas gehört hatte meinte der aus Rasa bestehende Krishna Chaitanya dass es wohl genug sei er zeigte bald den blauen Glanz Krishnas bald den goldenen Glanz Radhas bald Chaitanyas die Prima schenkt und das Heil der Augen und der Ohren der lauteren Bhaktas ist und er tanzte sang weinte lachte lief umher und so weiter alle Lilas von der Erlösung der Putana bis zum Erschlagen des Asura Vioma die sich in Vrindavan abspielten und alle anderen Lilas die in anderen Reichen sichtbar wurden sind voller Kraft Shakti geben allen und jeden Vollkommenheit Siddhi geben Prima Bhakti sind ewiglich ja sie sind Krishnas Wesensgestalt einige sahen den Goracandra als Kind mit Butter in der Hand einige als Knaben mit anderen Knaben wie Shridam am Yamuna Ufer die Kühe hütend einige sahen ihn im Alter des jugendfrischen Jünglings in tiefer blau leuchtender Shiam Wolkenfarbe von Gopis umgeben mit der Flöte in der Hand die Bewohner die Bewohner Vrindavan die Vögel und Tiere die Jungen und die Alten alle in Ananda sahen je nach ihren jeweiligen individuellen Rasa diejenige Wesensgestalt Krishnas der sie ewiglich zugehören und von allen Seiten kamen sie lärmend herbei umgaben ihn und erlebten den Herren ihres Prema Krishna Chandra der jetzt als Chaitanya beide Radha und Krishna ist Chaitanya Charita Amrita Madhya Lila 17.192 bis 215 17.202 bis 229 Als Bravo alles was beweglich und unbeweglich ist in Vrindavan sieht ist er voll Ananda wie ein Freund wenn er die Freunde sieht Als Bravo die Liebe aller sieht gerät er unter ihren Einfluss und in Prima versunken spielt er mit ihnen allen Bravo umarmt jeden Baum und jeder der dicken Schling pflanzen und im Geiste tut er ein Opfer der Hingabe der Blüten an Krishna Sein Leib wird in Bremer unsteht und er ruft laut Sag Krishna Sag Krishna Alles was steht und sich bewegt singt zusammen Krishna und Brabus tiefe Stimme ist wie ein Echo als als er die blau leuchtende Kehle der Pfauen sah musste er des blau glänzenden Krishna gedenken in Prima versunken fiel Mahabrabhu zu Boden durch die Dornen in diesem schrecklichen Wald wurde sein Leib verwundet Bad Acharya nahm Prabhu auf den Schoß damit er sich beruhigte Bad Acharya und der Brahmane sangen den Namen Krishna und tanzend tanzend ging Prabhu weiter Die Bremer Versunkenheit seines Geistes auf den Wegen der Landschaft Vrindavan war hundertfach mit der in Nilajala beim Anblick Mathuras steigerte sich Mahababus Bremer tausendfach und hunderttausendfach bei den Wanderungen in den Hainen Wenn er an einem anderen Orte weilte überschlug sich bereits sein Bremer beim Anblick Vrindavans und jetzt wandelte er unmittelbar in Vrindavan umher Sein Geist war Tag und Nacht von Bremer erschüttert Nur ganz gewohnheitsmäßig badete er aß er Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 18.2 bis 147 18.3 bis 157 Auf diese Weise kam Mahababu tanzend tanzend nach Arit Krama dem Ort wo der Asura Arishtar erschlagen wurde und kam plötzlich zum Bewusstsein der Außenwelt zurück Eines Tages saß Mahababu am Akuragat am Ufer der Yamuna und dachte nach An diesem Gat hat Akurra Waikuntha gesehen und die Bewohner von Vraj haben hier den Anblick des unendlich unsichtbaren Reiches Goloka erhalten und während er so sprach sprang er ins Wasser und ging unter es gelang Bad Acharya Prabhu aus dem Wasser zu ziehen und er bat Titania Vrindavan zu verlassen obwohl das verlassen Vrindavans Prabhu nicht gefiel sagte er mit zarter Stimme um den Wunsch des Bhakta zu erfüllen Du hast mich mitgenommen und mir Vrindavan gezeigt und diese Schuld kann ich nicht abtragen Was du willst werde ich tun und wohin du mich mitnimmst dorthin werde ich gehen Beim Morgengrauen nahm Prabhu sein Morgenbad Er versank in Bremer beim Gedanken Ich werde Vrindavan verlassen und Bad Acharya brachte Prabhu auf ein Boot Sie setzten über den Strom und gingen weiter Entlang der Ganga ging Prabhu nach Brajak Dort wo die drei heiligen Ströme Ganga Jamuna und Sarasvati zusammen fließen